Oh, ihr auch schon da? Verzeihung, Verzeihung, ich musste mal eben noch am Handy für mein kommendes Video recherchieren, weil, ja, ich hab jetzt daraufhin, jetzt wenn ich das sage, könnte ich auch gleich mit der Sportbild anfangen, ich weiß schon, ja, das muss da jetzt einfach sein. Ich glaube, inzwischen, dieses Thema sollte eigentlich inzwischen schon jeder mitbekommen haben, und zwar hat er ja letztens im Sportbild, also Bild berichtet halt, dass HSV-Spieler Bakeri Yatta, wenn man ihn so richtig ausspricht, angeblich, laut der Bild, haben wir recherchiert, der würde angeblich einen anderen Nachnamen tragen und angeblich auch schon älter sein. Genauer gesagt, ähm, soll der angeblich schon im Jahre 1995 geboren worden sein, das hatte jetzt, ähm, Sportbild, also das Bildimperium berichtet, und daraufhin hat, äh, jetzt erstmal einer der Oberbosse da vom 1. FC Nürnberg Radau gemacht, ähm, und zwar möchte dieser Oberboss vom 1. FC Nürnberg, wenn ich ihn jetzt einfach mal nenne, das prüfen lassen, ob, ob Yatta überhaupt spielberechtigt war, und Wilber Schaval vermutlich, das, will wahrscheinlich das noch so weit bringen, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es ausdrücken soll, ähm, ja, also möchte jetzt erstmal richtig prüfen, ob Bakeri Yatta wirklich Bakeri Yatta ist, oder nicht Manuel Neuer, Karl-Heinz Rummenigge, oder sonst wer, äh, Und, ähm, mal ganz ehrlich, an diesen Oberpfeife, ähm, diese Oberpfeife da vom 1. FC Nürnberg, Sie haben doch einen, Sie haben doch wohl einen der Klatsche, lassen Sie den HSV-Spieler einfach mal in Ruhe, äh, da mal ganz ehrlich, das wird für den, ähm, 1. FC Nürnberg sowieso nichts mehr bringen, was möchte man jetzt noch erreichen, was möchte man da jetzt noch erreichen, dass man die, das Spiel am grünen Tisch gewinnt, oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen, möchte man das jetzt am grünen Tisch gewinnen, und selbst die Klub, also selbst die Nürnberg-Fans sagen, dass das peinlich ist, was sie da gerade abziehen, haben Sie das verstanden, haben Sie das verstanden, dass selbst die Nürnberg-Fans sagen, dass was sie da gerade für eine Show abziehen, dass das peinlich ist, und, ja, und diese ganze Sache mit Yatta, die wird ja wohl in den nächsten Tagen wird ja geklärt werden, ob er wirklich Yatta heißt, oder halt dann noch eine andere Identität trägt, mh, aber für mich klingt das jetzt erstmal nach so einer typischen Bildgeschichte, und ich hab so das Gefühl, also wenn ihr mich jetzt mal nach meiner Meinung fragt, weil meine Meinung ist grundsätzlich in den Videos immer, äh, entscheidend, natürlich eure auch, schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr mich fragt, ist das wieder so eine Bildgeschichte, viel Wirbel um nichts, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, und die wollen wieder nur eine Schlagzeile bringen, kennt man ja typisch, äh, von der Bild, so, und an den Ober, diese Oberpfeife da von, ähm, Nürnberg habe ich ja schon eine Ansage gemacht, ja, ähm, 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 das war mal meine Meinung zum Bakkeri-Yatta-Thema, glaubt, wie glaubt ihr, wie wird die Geschichte ausgehen, schreibt es mal gerne in die Kommentare.